Ein flauschiges Hallöchen ihr Süßen und willkommen zurück zu Demon Heart Hunters. Ich werde mal, das habe ich letztes mal nicht mehr gemacht, ich werde mal unseren Brashy ausrüsten. Das Schwert haben wir ihm noch gegeben. Ich weiß nicht, ob er das hier, ob er damit kämpfen könnte. Fünf Angriff, sechs Angriff, einmal magische Defense und zwei Crit. Ausweich-Initiative. Ich lasse ihm erstmal das Schwert, dann ziehen ihm auf jeden Fall noch die Stiefel an. Außerdem hat er ein... Okay, was macht das? Drei-Defense... Oh, äh, nein. Rogue Armor. Dann lassen wir das mal. Das war jetzt hier bei sechs, glaube... Bei fünf natürlich, meine ich. Und dann wollte ich ihm gerne noch einen Ring anlegen, dann nehmen wir jetzt einfach mal den silbernen und gerne das hier. Ausweichen, kritische Chance und Magic Resistance. Ich hoffe, das bringt's. Da haben wir tatsächlich inzwischen mal einen verloren. Und wir haben natürlich noch ein bisschen was, um Gifte zu machen. Das wird aber nicht reichen für die nächste Stufe vom Skill. Und ich sollte Ari ein bisschen heilen. Füttern wir sie doch noch mal mit... Oh, das ist auf zwei. Füttern wir sie doch mal ein bisschen mit Pilzen. Wir werden garantiert in ein, zwei Fallen noch mal reinlaufen, ob wir wollen oder nicht. Und ich weiß natürlich auch nicht, was passiert, wenn wir hier rauslaufen, ob uns da nicht draußen noch... Ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass uns auf dem Weg nach draußen irgendwo noch mal ganz heftig viele Mauls erwarten. ist weiter nichts drin. Okay. So. Autsch. Ja. Hier ist weiter nichts mehr drin. Ich gucke noch mal ganz kurz hier rein. Okay. Da oben waren auch immer mal wieder fallen. Autsch. Die erkennt die Fallen. Aber... Oh Gott. Brashy. Ja. Ich weiß, wir werden noch mal... Ja. Aber ich muss trotzdem... Brashy. Brashy, komm mit raus. Häng da nicht fest. Guck. Wegen der haben wir jetzt extra noch mal Schaden... Oh Gott. Ari steht fast. Okay. Ich muss hier irgendwas... Ja, komm. 15 Leben. Bitteschön. Kriegst du das hier mal? Was ist das? 5 Leben. Ja, komm. Ein Stück Schnoblauch hinterher, meine Liebe. Und noch mal... Ich muss ihr ja irgendwas zu essen geben. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn Brashy da irgendwo festhängt. Deswegen verschwende ich hier grad so ein bisschen... Ich wünschte halt, man könnte zum Beispiel sagen, Ari, bleib mal da stehen. Dann nimmst du keinen Schaden durch irgendwelche Fallen. Autsch. Ich wollte grad sagen, ich dachte, da unten wär nichts gewesen. Ich laufe jetzt hier auch nicht noch mal rein. Wir gehen einfach direkt... Autsch. Autsch. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Sag mal jetzt. Warum heilen? Okay, wir nehmen das hier, das... Oh. Langsam muss ich mir auch um Bright und Brash Sorgen machen halt. Aber ich glaube, ab hier... Ja, ab hier sehen wir die Fallen wieder. Beziehungsweise gibt's keine random Fallen mehr. Schade. Es hätte ja sein können, dass die inzwischen mal wieder Beute angeschleppt haben. Ich hab hier überall reingeschaut, oder? Körper... Kobold-Schamane. Okay. Da oben in diesem komischen... Ah, und hier kann ich wieder Pilze füllen. Da guck an. Neue Gegner. Okay. Ich stell mich einmal ganz kurz hier runter, damit ich Ari noch mal ein bisschen heilen kann. Aber mit leckerem Essen. Um die anderen beiden muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Aber war irgendwie klar, dass wir nochmal auf Gegner treffen werden. Theoretisch müsste ich hier jetzt nur ein bisschen stehen bleiben. Die würden dann schon wieder irgendwann... Ach Gott, ich dachte gerade Brash war unser Gegner. Das einzige, was sein kann theoretisch, ist, dass jetzt hier wieder irgendwo neue Fallen sind. Aber ich merke nichts. Ja dann, Drufta. Oder auch nicht, die rennen schon auf uns zu. Okay, wir sind jetzt... Ich geh mal auf... Was ist er? Er ist Backbier und genau... Ich weiß nicht, wer von ihm mehr Schaden macht. Aber ich geh einfach mal auf ihn zuerst los, weil er weniger Leben hat. Also ist er theoretisch auch schneller tot. Und alles, was dafür sorgt, dass unser Gegner schneller tot ist, heißt natürlich auch... Oh, warte, jetzt müssen wir das mal gucken. Eine normale Attacke. Was ist denn das hier? Instead of focusing on... Statt sich aufs Schaden machen zu konzentrieren, entwaffnet... Oh, entwaffnet Brash das Ziel für zwei Runden und reduziert so deren physische Angriffe und ihre Chance überhaupt zu treffen. Das kostet nur fünf Power und das ist für einen Gegner. Oder aber... Fierce Strike. Brash nutzt seine dämonische Stärke, um eine Attacke zu machen, die zusätzlichen Schaden verursacht. Das probieren wir doch einfach mal aus. Wow. Okay, das war gut. Und sie darf Lightning Storm verwenden. Mit ein bisschen Glück, den müsste jetzt zum Beispiel direkt... Das Gift müsste ihn eigentlich umbringen. Das heißt, ich kann mich mit Bright eigentlich schon mal auf ihn konzentrieren. Denn bevor der angreifen kann, müsste er am Gift sterben. Oh! Er konnte noch angreifen. Wie gemein. Okay, wir benutzen hier einfach nochmal dämonische Stärke. Merkel. Er kann das. Dann muss sie jetzt normal angreifen. Und mit ein... Gott sei Dank nicht auf Bright. Und Bright darf jetzt ihr Flurry nehmen. Und dann... Eins, zwei ist er weg. Sehr gut. Ari hat nicht so viel Schaden genommen, also würde ich das erstmal lassen. Die kann ich nicht plündern. Das ist ja gemein. Aber ihn hier, da ist ein bisschen Geld drin. Ja. Okay, das. Aber den müsste ich doch schon längst geplündert haben, oder? Deswegen gucke ich überall gerne nochmal rein. Man weiß nie, ob man nicht doch mal was vergisst. So, Pilzis. Und hier dürfte theoretisch keine Falle mehr sein. Ich kann mir halt, wie gesagt, nur vorstellen, dass wir auf dem Weg nach draußen noch an ein, zwei anderen Stellen... Ich würde hier mal ganz kurz stehen bleiben, ob wir da... Normalerseits bringt auch nichts. Wir können hier nochmal reinschauen. Ob wir da noch irgendwas übersehen haben. Lieber auf Nummer sicher gehen. Da oben habe ich schon wieder Bewegung gesehen. Das heißt, da sind wieder Gegner. Ich habe es ganz genau gesehen, aber wir gucken erstmal, dass Brashy hier mit... Okay, läuft. Seht ihr, da ist schon wieder hier... Oh je. Das ist so ein kleiner Ekelkobold. Wenn er vielleicht ein Stück weiter weg geht, vielleicht kriegen wir dann die beiden hier alleine erstmal. So, jetzt kommt... Okay, das sind glaube ich trotzdem alle drei. Okay, wir machen erstmal den Kobold Schamanen weg. Sehr gut. Der ist vergiftet. Das ist sehr schön. Er verliert. Autsch. Genau das wollte ich eigentlich verhindern, dass wir alle gleich gefroren sind und dadurch... Ach ne, sind wir gar nicht. Es hat nur Brash erwischt. Okay. Brashy darf dann trotzdem mal... Wir haben nicht mehr so viel bei ihm übrig, aber er darf jetzt einfach mal hier auf den... Genau losgehen. Denn ich hoffe, dass wenn sie das hier macht, den Lightning Storm, dass es den Kobold Schamanen umbringt. Jawoll. Sehr gut. Und jetzt konzentrieren wir uns wiederum auf den No, denn der... Autsch. Wenn wir Glück haben, ist er gleich tot. Nein, das wird nicht reichen. Aber er hat zum Glück Ari... Nicht-Ari meine ich angegriffen. Du gehst auf ihn bitte los. Ein letztes Mal geht das noch. Ari wird den Gnau für uns los. Jetzt hoffen wir, dass... Ich wollte gerade sagen, dass der Bugbear nicht Ari angreift. Jetzt müssen wir uns einfach so durchschlagen, ohne weitere großartige Fähigkeiten. Na gut, das Arm... Wir machen lieber Schaden erstmal. Das zieht ordentlich ab. Das ist gut. Und mit ein bisschen Glück schafft Ari das hier jetzt. Ah, schade. Okay. Das eine Mal. Die eine Runde mehr. Wir müssen gleich Ari auf jeden Fall heilen. Die hat ordentlich Leben verloren. Und gut. Einiges an Erfahrung gewonnen. Und das hat tatsächlich euch alle drei angezogen. Sunstone. Ich plündere hier schon mal. Wir gehen aber nochmal nach oben gucken. Denn ich möchte so viele wie möglich erledigt wissen. Und darf Ari jetzt ein paar Karotten essen. Die machen zwar nicht unbedingt sehr gesund. Aber gerade ist alles besser als gar nicht heilen. Noch ein Verband drüber und um mehr können wir uns gerade nicht kümmern. Das sind Pilze. Und wir schauen da nach oben. Das Gute ist Fallen. Fallen müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Kubold nichts. Und nochmal nichts. Alles klar. Da oben gucken wir nochmal. Und das war's dann. Ich meine, nachdem wir das eine Mal jetzt von Brashy nochmal was bekommen haben. Hoffe ich natürlich immer, dass wir nochmal doch irgendwo was finden, jetzt wo er dabei ist. Aber... Sieht schlecht aus. Gut. Versuchen kann man's ja. Pilze gab's hier oben auch nicht mehr. Dann gehen wir jetzt runter. Wir schauen auch noch einmal nach rechts. Dahin, wo der... Ja, diese Art Thronsaal war. Übrigens, dafür, dass Brashy nach vorne gehen wollte, ist er irgendwie der Letzte, der hier läuft. Kann ich das irgendwie ändern? Need something? Ja komm, wir küssen dich nochmal. Ha, aber das kennen wir ja schon. Und das lesen wir jetzt nicht nochmal. Das ist das, wo man es dann noch ein bisschen bereut, ne? So, naja... Macho. Und zwar nicht auf eine gute Art und Weise, dass man sagen könnte, hey... Ist Macho überhaupt jemals positiv? Eigentlich nicht. Wenn wir da reingehen, werden wir über die Falle laufen. Das ist nicht gut. Aber wir gucken einfach mal hier. Für Pilze und für... Da ich, glaube ich, hier vorne auch nicht mehr die Fallen entschärfen konnte. Aus welchem Grund auch immer. Lassen wir das jetzt erstmal. Und ich geh auch da nicht nochmal rein. Denn, ehrlich gesagt, will ich nicht riskieren, dass wir hier Schaden nehmen. Und wir würden Schaden nehmen, da ich die Falle ja nicht entschärfen kann. Also gehen wir da raus. Schauen aber hier nochmal in die... Das war aber dann eigentlich ganz okay, oder? Nochmal... Es waren jetzt nicht zu viele Kämpfe, die wir nochmal führen mussten. Ich wünschte, wir könnten übrigens da oben dieses unglaublich schöne Schwert mitnehmen. Das wäre doch bestimmt voll gut. Und würde doch bestimmt Brashy extrem gut stehen. Können wir aber tatsächlich nicht. Und auch beim... Weapon Rack, beim Waffenständer ist nichts mehr. Ja gut, dann... Gehen wir wieder nach draußen und gucken, was uns da bevorsteht. Ich habe... Au. Okay, wir gehen einfach raus. So. Ich frage jetzt... Ich dachte, ich wäre da fertig gewesen. Ich erwarte nicht, dass du auftaufst. Ich dachte, ich würde nicht... Oder... Also... Wir sind nicht mehr ganz bei 100% Taktor, wie wir es davor waren. Vermutlich haben wir gerade ein bisschen Brashy-Ärge. Okay, ich würde immer zu deiner Hilfe, zu deiner Rettung kommen. Und ich erwarte, dass du dasselbe für mich tun würdest. Tja. Ähm... Unterschätzt mich nicht mehr. Nein, oder du hast mich schon wieder unterschätzt? Nun, du musst Ari dafür danken. Sie hat darauf bestanden. Du bist ein wirklich... Ein wirklicher Glückspilz, du Beleidigung. Nein. Also, ich würde immer kommen, um dich zu retten. Und ich hoffe, du würdest dasselbe tun, mein lieber Brash. Ach, da schweigste. Manchmal bist du einfach... Richtig. Ich schätze, ich würde auch immer versuchen, dir zu helfen. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich immer dazu in der Lage sein werde. Wie wir gerade eben in diesem verdammten Gefängnis gesehen haben. Ich muss einiges von dem zurücknehmen, was ich gesagt habe, Bride. Du bist, ähm... Nützlicher gew... Was? Was soll ich so... Ah, du hast mehr Tricks gelernt, als ich... Ja, du... Nein, mehr Tricks gelernt auch nicht. Kann ich auch das jetzt... Sie wurde mehr resourceful, also dass sie jetzt mehr Fähigkeiten hat, als das, woran er sich erinnert. Aber wie man das schön auf Deutsch ausdrückt, wie er es sagen könnte. Jetzt fehlt nur noch, dass du gut genug wirst, um dich vor all diesen Jägern zu schützen. Danke, Sir. Das ist das beste Kompliment auch, dass ich, äh... Dass ich von dir auch hoffen konnte. Richtig? Warum machst du dir so große Sorgen um meine Sicherheit? Ähm... Ja, ich werde bessere Chancen haben, wenn du an meiner Seite kämpfst. Oder... Sie sind diejenigen, die Angst haben sollten. Wir können ihn ja noch mal ein bisschen ärgern, oder? Danke, Sir. Das ist wirklich das beste Kompliment, auf das ich hoffen konnte, oder? Oder... Einfach mal... Nein, komm. Ich glaube, dass er sich so viel Sorgen um unsere Sicherheit macht. Im Idealfall wäre es ja, weil er uns so lange nicht mehr gesehen hat und tatsächlich einfach... froh ist, dass es uns gut geht. Ich wäre sicherer, wenn du an meiner Seite kämpfst. Nein, komm, wir machen das hier. Wir sind ein bisschen frech heute. Vermutlich. Außer du willst hören, wie hübsch du bist. Oh, das ist ja richtig... Okay, bei Brash bin ich mir nicht ganz sicher, ob das süß ist, oder... Brash folgt mir und... Was? Being obsessed with his fallen knight comrades... Ah... Da... Moment, ich muss es erstmal einmal so lesen. Brash following me, being obsessed with his fallen knight comrades and the exiled Lord Maze, trying to convince me he didn't come to ravage from me and now mentioning hunters. It leaves me with a nagging doubt. Brash verfolgt uns. Er ist besessen von seinen gefallenen Ritterfreunden und dem verstoßenen Lord Maze. Zunächst, er versucht uns davon zu überzeugen, dass er nicht wegen uns nach Ravage gekommen ist und jetzt erwähnt er wieder die Jäger. Das sorgt dafür, dass wir dieses nagende Gefühl des Zweifels im Hinterkopf haben. Brash, sag mir ehrlich. Are you a hunter? I hold it back. Bist du ein Jäger? Ich halte es so... Nein, wir sprechen ihn mal direkt darauf an. Ehrlich? Ich könnte es sein. Noch habe ich keine... Herzen oder Dämonen gejagt, aber es könnte immer noch passieren. In den letzten Jahren habe ich mich nicht um diesen Mist gekümmert. Aber es ist... And it's not like our kind just appeared out of nowhere for the hunt. Also während der letzten Jahre, wo ich ein Demon hart war, habe ich mich nicht um diesen Mist gekümmert. Und es ist nicht so, als würde unsere Art einfach aus dem Nichts erscheinen, um zu jagen. Aber nachdem hier alles dem Bach runter geht, denke ich, dass ich ziemlich vorbereitet bin auf diese Rolle. Dass mein Herz sicher ist, ist ein großer Vorteil. Außer natürlich... The rest of them are armed with buckets of... Außer unsere Gegner sind bewaffnet mit Eimern voller Lava. Du meinst, die Feinde können sich deine Kraft nicht einverleiben, aber sie können dich immer noch töten? Es ist seltsam, dass du dir darüber überhaupt keine Gedanken machst. Ist dein Herz wirklich sicher? Okay, wir machen mal das. Du meinst, die Gegner können dich immer noch töten? Das ist richtig. Im Normalfall wollen die Jäger nur dafür sorgen, dass ihre eigene Macht wächst. Warum sollten sie sich also um einen Demon hart kümmern, dessen Macht sie nicht beanspruchen können? Wenn sie anfangen, sich paranoid zu fühlen, allerdings... Denken, dass ich sie jage... Und wenn sie genug über uns wissen, um... Ja, um sich darüber im Plan zu sein, wie man uns zerstört... Dann könnten sie eventuell Vorkehrungen treffen und mich ins Feuer stoßen, in Säure oder... Was auch immer sie haben. Oder mich in eine verdammte Mauer ein... Ja, einmauern. Ah, ich hab mal gehört, dass das tatsächlich mal gemacht wurde. Gibt es Demon hearts, die irgendwo eingemauert sind? Die gab es einmal, soweit ich gehört habe. Irgendjemand muss sie rausgeholt haben, um ihre Herzen einzusammeln. Zumindest die, die man gefunden hat. Und bist du eine Jägerin, Kitty Cat? Ja, ich habe so meine Pläne in diese Richtung. Garantiert. Das könnte ich niemals tun. Ein Herz zu essen, das ist zu viel für mich. Ich will... Ich will andere Demon hearts aufhalten, aber nicht ihre Herzen verschlingen. Ich bin dazu geneigt, das zu nehmen, aber wir sind mal vernünftig. Ich glaube, wenn wir hier draußen gerade stehen, mit Ari so halb tot, wäre das nicht der Moment, wo ich jetzt gerade... Außerdem habe ich Angst, was dann passiert. Nein. Nein. Ich glaube, das könnten wir niemals tun. Die Herzen... Tja, könnten wir das niemals tun, oder wollen wir einfach sie nur aufhalten, ohne ihre Herzen zu verschlingen? Ich würde sagen, wir haben schon den Willen, sie aufzuhalten. Immerhin wollen wir möglichst die Apokalypse verhindern. Also willst du den ganzen Spaß ruinieren? Es ist wahr, das Herzen zu verschlingen eine ziemlich unschöne Sache ist. Man hat nicht gezwungen, das Herz eines Mannes rot zu essen. Es war keine schöne Sache. Nichts davon der Gefangene einer Hexe zu sein, war das. Ähm, habe ich dich richtig... Habe ich es richtig in Erinnerung, dass man dir stattdessen Dämonen-Stake vorgesetzt hat? Mace sagte, dass es keine Möglichkeit gäbe, dass Orchid es geschafft haben könnte, einen Demon heart zu jagen. No way in hell Orchid had hunted down a demon... Ah, ohne dass er davon gewusst hätte. Also muss sie nach Inferno gereist sein und dort das Fleisch eines Dämons besorgt haben. Oder... Was genau hat dir die Hexe zu essen vorgesetzt? Es war ein gekochtes Dämonen-Steak, ein... Ein wenig, ähm, ja, auffällig, weil es so schwarz war. Aber sie bestand darauf, dass ich ihre neue Spezialität versuche. Ich will mich nicht daran erinnern. Ja, so eigentlich, ich glaube wir wollen es nicht erinnern, aber... Andererseits fände ich es interessant zu erfahren, was Brash sagt, wenn wir es ihm erzählen. Du bist so verdammt verwöhnt, Bright. Eine Hexe kocht dir ein leckeres Dämonen-Abendessen und du beschwerst dich darüber. Vergleich das mit Rivera, die mich zwingt, ein verdammtes schwarzes Herz zu... Ja, die dir ein verdammtes schwarzes Herz in den Rachen schiebt. Ach, ich wünschte, ich hätte stattdessen so ein Ziegenbein gehabt. Vorzugsweise... Oh, from that son of a... Of yours. Also, vorzugsweise von Raze. Da hätte er gerne ein Beinchen von gehabt. Übrigens, wo zur Hölle ist die verdammte Ziege? Dein Demonspawn-Verbündeter. Es gab einige Änderungen. Aber ich habe immer noch einen Demonspawn-Verbündeten. Es ist der junge Raze, Orchids Sohn. Allerdings wurde er von einem anderen Demonspawn entführt. Jeder verdammte Ziegen gibt es. Und was ist mit dem alten Ziege? Damit er vermute ich den Raze, der sich bei Demon Hearts, der Visual Novel, als eigentlich der junge Raze und damit Orchids Sohn ausgegeben hatte. Damned Goats! Diese verdammten Mistkerle können doch nicht jeden eurer Schritte beobachten, oder? Genau. Raze kann uns durch Brides Amulett sehen. Oder... Wer auch immer das Amulett gerade hat. Bride kann es nicht ablegen. Und selbst wenn sie es könnte... Es ist besser, wenn wir eine Chance haben, mit Raze zu sprechen. Richtig. Genug von den Ziegen. Was ist mit dir, Ari? Was hältst du davon, wenn du dich uns anschließt und wir uns gegen die andere Demon Hearts stellen? Es ist einfach für euch vorzuschlagen, Demon Hearts zu jagen. Ihr seid hier... Du bist hier in der besten Position. Ich? Ich bin verdammt noch mal verloren ohne Verbündete. Es ist nicht so, als ob ich nicht kämpfen könnte. Es ist nicht so, dass ich nicht kämpfen könnte. Ich wüsste nur nicht warum. Oh, hör auf, so philosophisch zu sein. Du bist herzlos. Beinahe unzerstörbar. Du hast deine Magie, kleine Rivera-Nachkommen. Meine Magie ist nicht genug. Bisher waren... Bisher hatten wir Glück. Aber wir werden es... Aber ich werde es nicht überleben, mit euch beiden zu reisen, außer ich schaffe es dieselben regenerativen Fähigkeiten wie ihr zu erlernen. Eure Feinde werden mich ebenso angreifen und... Only a Liability. Und die Menschlichkeit meines Herzens ist nur eine... Ja... Liability? Ich weiß nicht. Ich, äh... Ja. Was uns zu unserem alten Plan zurückbringt, ich muss ebenfalls ein Demon Halt werden. Du kommst mit uns, Herz oder nicht. Ich habe nicht vor, in Ravage für die nächsten 20 Jahre zu warten, bis ein anderes, dämlich... Ja, ein dämliches Demon Halt hierher wandert. Actually... Es gibt einen anderen Weg. Welcher... Ja, also das sind... Welcher wäre das? Ich lasse dich nicht von meinem Herz abbeißen, wenn es das ist, was du meinst. Nein, wir fragen einfach mal, welcher wäre das denn? Theoretisch könnte sie meinen, dass wir ebenfalls nach Inferno reisen und da irgendeinen Dämon finden. Oder, dass wir vielleicht irgendeinen Handel mit einem Dämon abschließen, weil theoretisch stirbt ja ein Dämon nicht, wenn er... Ist jetzt mal ganz weit hergeholt, aber... Theoretisch könnte sich ja so ein Dämon ein Stück... Rausschneiden? Der würde ja davon nicht sterben, wenn er dafür irgendwas bekommt. Vielleicht ist es ja sowas, was sie sich denkt. Ich wollte nicht darüber sprechen, aber es gibt jemanden, der uns hilft. Es ist nur, dass... Es würde ein Sakrileg sein. Ich wollte nicht... Ich wollte bisher nicht darüber sprechen, aber... Es gibt jemanden, der uns helfen könnte. Es ist nur, dass das ein... Ein Sakrileg wäre. Strange. Wer zur Hölle würde dir dabei helfen, ein Demonheart zu werden? Du bist verrückter als ich. Ich war eine... Ich bin schon seit Jahren ein Mitglied der Kirche von Ravage. Mein Respekt für die infernalen Väter ist wohl bekannt. Am Fuß der Kirche, in den tiefsten Leveln, äh, tiefsten Ebenen des Heiligtums. Dwell, ah, lebt ein infernaler Vater. Ich habe gehört, dass er mich sehen möchte, um mir ein spezielles Geschenk zu überreichen, von dem ich denke, dass es bedeutet, dass es sein eigenes Fleisch ist. Ich finde den bloßen Gedanken anziehend... Nein. Achso. Äh, ich finde den bloßen Gedanken abstoßend und, äh, mehr als nur respektlos. Ich wollte es wirklich nicht tun. Aber mir wird klar, was für ein Hindernis ich sein muss, in meinem gegenwärtigen Zustand. Außerdem habe ich in dieser kurzen Zeit mehr als einmal mein Leben riskiert. Ich denke, ich sollte Lord Vauri, ähm, treffen und mir anhören, was er zu sagen hat. Ja, ich denke, das solltest du tun, ey. Ich möchte, ich möchte diesen infernalen Vater ebenfalls treffen. Oh Gott, Brash. Oh, warum? Ich hoffe, sein Geschenk ist nicht das Ding in seiner Hose. Das kann auch nur von dir kommen. Brash! Lord Vauri... Ah! Du wirst schon sehen. Okay. Wir lesen mal eben gerade über Lord Vauri. Wo ist er denn hier? Ahri glaubt, dass der Anführer der Kirche von Ravage, Lord Vauri, ihr dabei helfen könnte, ein Demonhaar zu werden, damit sie die Gefahren überleben kann, die eine Reise mit Brash und mir bedeuten. Wir können Lord Vauri in den tiefsten, ähm, tiefsten Ebenen der Heiligtum der Kirche finden, weit im Untergrund. Das heißt, wir wissen, wo wir jetzt hingehen werden. Wir sind da schon mal hingelaufen und damals war es nur einfach so... Oh Gott, ich hoffe, wir überleben das alle. Okay, das konnten wir sammeln. Und damals war es nur einfach so, dass man uns nicht durchlassen wollte. Und ich habe ja beschlossen, dass wir nicht irgendwie versuchen, da nochmal reinzukommen, weil ich mir eben schon dachte, dass wir da vielleicht später nochmal irgendwie hin dürfen. So, jetzt sammeln wir aber hier nochmal alles ein, was wir sammeln können. Einfach nur, damit wir die bestmöglichen Chancen haben, vielleicht doch noch irgendwann unseren Gift-Skill zu upgraden. Da ist wieder ein Gegner, auch den werden wir fertig machen. Ahri wird es schon überleben, denke ich. Immerhin sind wir jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es sinnvoll ist, den Gift-Skill zu benutzen. Oder vielleicht tatsächlich den anderen zuerst. So, auf jeden Fall kann Brash wieder sein... Sein Richt... Wow, das zieht ab. Das ist richtig gut. Und ich glaube, Bright darf auch nochmal angreifen, bevor der Nordr ist. Sonst müsste ihn das eigentlich umbringen, außer sie... Wunderschön. Außer sie hätte verfehlt, dann hätten wir es nicht geschafft. Und da kriegen wir wieder ein bisschen Erfahrung... Ach nee, warte mal, hier. Ah, nichts drin, verdammt. Ich hoffe immer, dass wir schöne Sachen einsammeln dürfen. Den Kobold haben wir bestimmt schon mal geplündert. Und jetzt ist einfach nur was nachgespawnt. Da unten ist wieder jemand. Auch um den werden wir uns dann kümmern. Okay. Theoretisch sollte die Mandrake aber auch kein Problem mehr darstellen. So. Bitte nicht verfehlen. Perfekt, da ist es weg. Das hat gut funktioniert. Zu dritt sollten wir jetzt nie wieder irgendwelche Schwierigkeiten haben, gegen die anzukommen. Den werde ich auch noch gleich besiegen natürlich. Erstmal schauen wir, dass wir uns diese Mandragora holen. Oh je. Jetzt könnte es... Wobei, auch noch nicht. Also das einzige, wo es knapp werden könnte, ist natürlich, wenn sie verfehlen. Oder wenn wir keine Punkte mehr haben. Aber in der Hoffnung... Regeneriert das nicht so gut. Aber natürlich in der Hoffnung, dass es jetzt trotzdem noch hinhaut. So, wenn Bright zweimal trifft, dann haben wir es geschafft. Ansonst... Okay, perfekt. Das kostet uns halt immer unangenehm viel Mana. Das auch nicht. Das hier auch nicht. Wie gesagt, ich nehme auf jeden Fall die... Das klebt ein bisschen. Ich frage mich, ob das da ein Download liegt, der im Hintergrund noch läuft. Sollte es aber eigentlich nicht. So ein Bugbear ist das, glaube ich. Ne, I know. Entschuldigung. Und diesmal muss ich fast komplett ohne Spezialangriffe durchkommen. Das geht aber. So. Ari könnte eigentlich den... Blitz... Der zieht nämlich auf jeden Fall mehr Leben ab als ihr normaler Angriff. Oh, und wir könnten das hier nehmen. Einfach mal... Achso. Oh doch. Doch, es hat zweimal getroffen. Okay. Sehr schön. Was war das? Da oben waren nochmal Pilze. Wo bilde ich mir das ein? Das kann auch sein, dass ich mir das gerade noch einbilde mit dem. Das ist ein bisschen... Da müssten wir, glaube ich, zurück können. Ich gucke nochmal kurz nach hier oben. Ach nee, warte. Hier kommen wir zurück. Genau. Da war er richtig. Das war ja nach oben, wo wir durchkamen. Hier, wo wir da... Hm... Wisst ihr, es scheint, als wäre das Talent eines jeden Demon Hearts etwas, worin er sowieso schon gut war. Ich schätze, ich war... Ich schätze, du warst schon immer auf der etwas hibbeligen Seite... Äh, etwas hibbelig bright. Und, äh... Brash war definitiv... War es definitiv nicht fremd, schwere Lasten zu tragen in deiner Jugend. Shut up. Nennst du mich alt? Du bist doppelt so alt wie ich, nicht wahr? Hm? Du bist so jung? Wie auch immer. Mach weiter, Kindchen. Richtig. Eigentlich... There is a theory that all demons... Okay. Ähm... Um ehrlich zu sein, es gibt eine Theorie, dass alle Demon Hearts eine Mischung aus allen dämonischen Talenten erhalten. Aber einige dieser Talente sind vielleicht sehr schwach. Was dazu führt, dass es so scheint, als wären sie nur bei etwas besser geworden, das sie sowieso schon beherrschten. Ich frage mich, worin ich gut bin. Ist das nicht offensichtlich? Alles. Nichts. Cuteness. Intelligenz. Wow. Oh, gut. Ja. Das... Wir können jetzt entweder sehr nett sein und sagen... Alles. Du bist in allem gut. Aber das... Sie ist tatsächlich nicht sehr stark. Nichts. Das wäre sehr gemein. Das wäre flirty. Ich würde sagen einfach mal Intelligenz. Denn ich glaube, sie ist tatsächlich die cleverste von uns. Oh. Danke. Nun, das würde nicht schaden, nicht wahr? Je mehr man über diese Welt weiß, desto... Autsch! Könnte ein... Könnte ein dämonisches Herz eventuell deine magischen Kräfte verstärken? Ich weiß es nicht. Macht es Sinn, dass es das tun würde? Ah, das können wir nicht wissen, oder? Habt ihr je von einer Demon Heart Hexe gehört? Eine... One that didn't die... Eine, die nicht dabei gestorben ist. Beim Versuch, ein Demon Heart zu werden, gestorben ist. Hm. Die Hexen verkehren gewöhnlich mit den Dämonen und ihren Söhnen oder mit Demon Hearts. Aber wenn es darum geht, selbst ein Demon Heart zu werden... Ich erinnere mich an die Geschichte von einer, die es getan hat und... Ihre menschliche Lebensspanne überlebte und dann ein wanderndes Skelett in Inferno wurde. Die Geschichte hat sich in keinster Weise auf ihre Kräfte fokussiert, während sie noch lebte. Also weiß ich nichts über ihre Talente. Aber... Aber ich weiß etwas über ihren Tod und wie sie ihr... Wie sie ihren Verstand verloren hat, nachdem ihr Körper und ihr Gehirn begannen zu zerfallen. Das ist schrecklich. Wird das... Wird das ebenfalls passieren? Hm... Dann müssen wir sicher stehen... Ich spieg jetzt so ein Ding über... Dass wir einen würdevollen Tod, ähm, erfahren, bevor so etwas passiert. Verstehe. Okay, wir fragen einfach mal nach. Das ist schrecklich. Wird das mit dir auch passieren? Wenn niemand dich jagt, ähm, dann würde das wohl passieren. Ich denke... Ich denke, man könnte immer noch Selbstmord begehen, wenn der eigene Verstand da noch mitspielt. Ach dir keine Sorgen, Bright. Es besteht keine Chance, dass wir so lange leben werden. Äh... Ich wollte... Ich wollte euch nicht entnütigen. Ehrlich gesagt freue ich mich auf die Möglichkeit, genauso zu werden wie ihr beide. Es war Teil meines Planes, seit ich, äh, zu Rivera kam. Ich habe ihn nur aufgegeben, weil es bedeutet hätte, Bright zu jagen. Doch wenn Lord Vowry mir anbietet, dann, äh... Offers mir diese Ehre anbieten würde, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also hat dein Plan nur beinhaltet, mich zu verletzen. Und damit warst du absolut einverstanden, hm? Du... Du bist anders als Bright. Ich meine, ich wollte dir nicht... Ich wollte dir auch nicht wehtun. Aber damals, als wir Bright noch nicht hatten, schien unser Plan noch in keinster Weise vollendet zu sein. Also schätze ich, ich habe nicht wirklich über die Möglichkeit, dich zu töten nachgedacht. Du warst so kurz davor, mein verdammtes Herz zu essen. Und jetzt reise ich mit dir. Ich glaub das einfach nicht. Ich habe niemals etwas mit deinem Herzen getan, außer es in Sicherheit zu bringen. Und im Endeffekt weiß ich nicht, wo es ist. Denn es war Rivera, die es zu ihr, zu seinem letzten Aufenthaltsort brachte. Aber es gab da jemanden, der in der Tat versuchte, dein Herz zu essen. Zu verschlingen. Lord Maze. Woher weißt du das? Ich habe viel Zeit damit verbracht, dich auszuspionieren. Und wir überziehen übrigens schon wieder ganz fleißig. Das heißt, nach dem Gespräch machen wir Schluss. Brash hat kein Problem damit, mit Leuten befreundet zu sein, die versuchen ihn umzubringen. Brash. Erinnere mich nicht daran, was du versucht hast, mir anzutun, während wir hier sind. Nein. Brash, don't make me mine. Achso. Brash, lass nicht zu, dass ich dich daran erinnern muss, was du versucht hast mir anzutun. Und trotzdem bist du noch hier. Lord Maze, was? Ja, wir fragen mal, ich möchte mehr darüber finden. Lord Maze hat was? Bevor ich vor Lord Maze gearbeitet habe, fanden seine Ritter heraus, dass ich ein Demonheart bin und töteten mich für ihn. Anstatt mich in seine Dienste zu stellen, wie ich das eigentlich wollte. Unglücklicherweise... Unglücklicherweise haben sie nichts in meiner Brust gefunden. Dann hat mir Lord Maze ehrlich angeboten, für ihn zu arbeiten und ich habe akzeptiert. Ich war es gewöhnt, wie Dreck behandelt zu werden. Außerdem war es der einzige Zeitpunkt, an dem Maze auch nur ein Ansatz unhöflich zu mir war. Und er hat mich noch nicht einmal selbst getötet. Und, äh, nun, äh... Ähm... Vertrauen wir alle einander, nicht wahr? Hm. Tun wir das? Ha! So eine herzerwärmende Szene, die er da abgebt. Sklave, halt meinen Eimer. Entschuldigt mich. Hör auf, uns zuzusehen? Have chance, don't trust either. Ja, äh, vertraue keinem dieser, hm? Ähm, ja, entspann nicht, das ist alles nur ein Schauspiel. Du hast Sklaven? Nein, nein, nein. Hör auf, uns zu beobachten, Thane. Ja, ich muss wissen, was in der Welt vor sich geht. Also in der Welt meiner, meine Demo-Demon-Heart-Puppen vor sich geht. Aber ihr Kinder seid so langweilig. Ich sollte kommen. Ich sollte euch ein wenig, äh, Mord und Totschlag näher bringen. Hey, right? So. Sie hat ihre Augen verdreht. Redest du wieder mit dem Dämon? Thane muss sich übergeben, weil er ja gesehen hat, dass wir uns alle verstehen. Ja, die, ähm... Also, wir machen eine Ausrede so, dass diese Vertrauenssache schon so ein alter Hut für uns ist. Die Stalk of Trost, meine... Ja, diese Gerede über Vertrauen hat mich an jemanden erinnert, und dann kommen wir petzen. Thane hat sich übergeben, weil wir uns verstehen. Was ist er überhaupt? Verrate mich weiter und ich werde kommen, um dich zu essen, während deine Hunde zusehen. Ah, lass uns einfach weitergehen, bitte. Okay, das finde ich gut. Und bevor ich hier anfange, Mandragora zu sammeln, für den Fall, dass ich schon wieder zu einem Kampf komme, werde ich jetzt einfach Schluss machen, denn wie gesagt, wir haben schon wieder überzogen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Nächstes Mal sammeln wir wieder. Und dann gucken wir mal, nachdem wir hoffentlich noch mal ein bisschen, ein bisschen, ja, Dinge gesammelt haben und die dann auch wieder in Heilsalben umgewandelt haben und in Giftpulverchen, dass wir dann tatsächlich zu laut Wauri gehen. Also wir werden einfach nur mitnehmen, was wir finden, keine großen Umwege. Denn ich bin ja selbst sehr neugierig, ob Ari tatsächlich ein Demon hat wird. Das wäre unglaublich praktisch. Denn wenn nicht, ja, dann haben wir ein bisschen wenig Heilpulverchen und alles. Und ich will ja nicht, dass Ari ständig stirbt. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Süßen, und bye-bye! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020